Ich unterstütze die Europäische Bürgerinitiative gegen Extremismus, weil ich ausdrücklich gegen jegliche Form von Extremismus bin. Und weil ich es wichtig finde, dass ein Zeichen in die zivile Gesellschaft hineingestrahlt wird, dass es Menschen gibt, die das ebenfalls tun, dass wir das gemeinsam gegen Extremismus kämpfen und für eine gute Gesellschaft hier zusammenstehen. Auch als Pfarrerin ist mir das besonders wichtig, weil die christlichen Werte genau dies ja auch vermitteln wollen, für Frieden und Gerechtigkeit einzustehen und das am besten gemeinsam. Und das freut mich und das unterstütze ich ausdrücklich.